Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe der Remax News im heurigen Jahr. Ich hoffe, Sie sind gut in den Sommer gestartet. Legen wir los und das ist unser erstes Thema. Am Immobilienmarkt hat sich einiges getan. Es wurden 2022 um 10 Prozent weniger Eigentumswohnungen verkauft, aber die Preise sind um 9 Prozent gestiegen. Die Anzahl der verbücherten Wohnungen liegt auf dem Niveau des Jahres 2020. Für das heurige Jahr werden rückläufige Preise erwartet. Jetzt mehr dazu. Die Verbücherungszahlen für Wohnungen im ersten Quartal 2023 zeigen, dass es eine weitere Abschwächung des Markts im Jahr 2023 geben wird. Der Markt hat sich gedreht, die Nachfrage ist im Jahresvergleich deutlich zurückgegangen und das Angebot spürbar gestiegen. Die Preiskurve flachte bereits in der zweiten Jahreshälfte 2022 deutlich ab. Im vierten Quartal sind die Preise für Wohnimmobilien im Vergleich zum Vorquartal nach vielen Jahren sogar erstmals wieder ganz leicht zurückgegangen. Sollten sich die Rahmenbedingungen am Markt nicht ändern, ist im Jahr 2023 tendenziell mit rückläufigen Preisen zu rechnen. Die Investition in eine Eigentumswohnung für die Eigennutzung, aber auch als Anlageform und Subventionsvorsorge bleibt jedoch weiterhin sehr interessant. Das war also ein Blick auf den Wohnungsmarkt. Kommen wir nun zu den Einfamilienhäusern. Erstmals seit 2013 wurden weniger als 10.000 Einfamilienhäuser verkauft. Die Preise im Jahr 2022 waren in Wien und Tirol im Minus, aber über ganz Österreich betrachtet im Plus. Für 2023 werden bei den Einfamilienhäusern ebenfalls rückläufige Preise erwartet. Sehen wir uns jetzt den Einfamilienhausmarkt genauer an. Im ersten Halbjahr 2022 war die Nachfrage nach Einfamilienhäusern auf einem Rekordniveau. Das Angebot hingegen auf einem historischen Tiefstand. Die Preise haben speziell in dieser Zeit nochmals massiv zugelegt. In der zweiten Jahreshälfte gab es bereits eine merkbare Entspannung. Die Nachfrage ging zurück, das Angebot wurde wieder mehr. Dieser Trend setzte sich auch in den ersten Monaten des Jahres 2023 weiter fort. Mittlerweile liegt das Objektangebot für Wohnimmobilien um rund 40 Prozent über den Vergleichszeitraum des Vorjahres. Und die Nachfrage bewegt sich aufgrund der aktuellen Rahmenbedingungen im Vergleich zu den Vorjahren auf einem überschaubaren Niveau. Die Preiskurve flachte bereits in den letzten Monaten spürbar ab. Für 2023 wird aus heutiger Sicht mit rückläufigen Preisen zu rechnen sein. Seit vielen Jahren ist Remax in Österreich die klare Nummer 1 in der Immobilienvermittlung. Remax konnte im Jahr 2022 mehr Umsatz erzielen als die Nummer 2 und 3 zusammen. Daher liegt Remax umsatzmäßig mit einem riesigen Abstand vor allen anderen bekannten Maklerunternehmen. Welche Auszeichnungen Remax heuer noch erhalten hat, erfahren Sie jetzt. Remax zählt zu den besten Marken Österreichs. Zum sechsten Mal in Folge wurde das bekannte Immobilienmaklernetzwerk mit dem Business Superbrands Austria Award ausgezeichnet. Superbrands sind ganz besondere Marken. Als solche genießt man am Markt oder im jeweiligen Marktsegment ein sehr gutes Image. Außerdem hat der österreichische Franchiseverband die besten Franchise-Systeme des Landes ausgezeichnet. In der Kategorie Franchise-System 2023 zählen wir zu den Top-3-Systemen und damit zur absoluten Oberliga der österreichischen Franchise-Wirtschaft. Die bekannteste Immobilienmarke Österreichs, das Netzwerk mit 117 Bürostandorten und 850 Remax-Kolleginnen und Kollegen, die gelebte Kooperation und der Vorsprung in der Digitalisierung, in der Aus- und Weiterbildung, bei PR und Marketing sind gerade jetzt von einer enormen Bedeutung. Die aktuellen Veränderungen am Immobilienmarkt bieten eine Menge neuer Chancen und die will Remax nutzen. Zum einen ist besonders jetzt eine professionelle Beratung für Immobilienverkäufer oder Immobiliensuchende sehr wichtig. Zum anderen können Karriereinteressierte von der Bekanntheit und den hohen Qualitätsansprüchen der Marke profitieren und in einem erfolgreichen Netzwerk tätig werden. Mehr zur Karriere mit Remax unter remax.at. Das waren sie, die neuesten Informationen über den heimischen Immobilienmarkt in der aktuellen Ausgabe der Remax News. Schön, dass Sie dabei waren. Ich freue mich, Sie bei der nächsten Ausgabe wieder begrüßen zu dürfen und wünsche Ihnen bis dahin alles Gute und einen feinen Sommer. Auf Wiedersehen.